Man darf nicht denken, dass er nicht gesagt hat, dass er eine Gdülle fragt. Einer hat ihn gefragt, wie viel die Städte ist und wie viel nicht. Und er fragt, wo ist die Gdülle? Das ist wie ein Nugel im Wand. Man klappt daran, ein Nugel im Wand, klappt man, klappt man, bis... Es wird Krim. Als es wird Krim nimmt man gleich heraus. Er sagt, was heißt die Stadt? Die Stadt heißt, es geht gleich. Man kriegt sich nicht mit keinem Menschen. Man läuft nicht durch. Man muss nicht mehr warten auf die Zipper. Man muss warten auf die Teure. Bis Krim. Das ist Krim. Das ist schön. 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 Ich hab schon eine sogenannte Städte. Das ist schön. Ich weiß nicht, wie du die Stadt hast. Was ist das denn? Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Wie ist das? Wie ist das denn? Ausgleiche ich. Wie ist das? Wie ist das? Man kann ich das nicht genau zusammenfinden. Das kann ich und ich habe eine gute Entscheidung. Das ist eine Möglichkeit, die Stadt zu erinnerst.